Alter, Penner, Dreckssicke, ey. Togel! Ne, das krieg ich nie und nimmer. Ich hab den Schützen getroffen. Und den auch. Und den Fahrer. Soll noch eine sagen, ich kann nix treffen. Ich kann nix treffen. Puh, okay. Jetzt komm ich zumindest irgendwie hier hin und werd vielleicht nicht ganz so viel beschossen. Weil ich seh da schon wieder Schüsse aus der Ferne. Das macht mir natürlich schon wieder Mut. Hallo. Hallo. So. Meine Güte. Wenn die Leute auch mal wieder nicht sterben wollen, ne? Erstmal ein Snickers. Sofa. Ist doch bestimmt der Übertragungsraum, oder nicht? Wo denn sonst? Irgendwo hier kam noch vorhin noch ein Jeep her. Alter, ich hab dich gar nicht gesehen, ne? Was ist denn hier los? Alter. Wo denn? Wo denn? Ich seh es nicht. Und vor allem mein Marker sagt, ich soll hier hin. Oder weil das gehen halt eigentlich zum Turm an sich, aber da komm ich ja nicht hin. Mist. Ah, okay. Im darunter befindlichen Übertragungsraum. Aha. Ich glaub, hier bin ich richtig. Leben, Rüstung, bitte hier verwenden. Und bitte dann speichern. Yeah, Explosionen. Wohin geht's jetzt? Einen Moment. Da haben wir ihn ja. Nordwestlich von ihrer aktuellen Position. Es geht voran. Stückchenweise. Aber es geht voran. Da ist sogar auch gleich ein Schlauchboot. Da haben die ja gut mitgedacht hier. Frage ist. Haben wir hier auch wieder Schiffe, die mich hier anschießen wollen oder so? Oder solche, Bippos? Wenn der nicht so wackeln würde, ne? Ich hätte hier sowas von den Helmen weggeschossen. Ja, so wird das nix. Okay. Okay, dann nicht. Wir müssen aber darüber, über die Brücke dann darüber. Okay. Ich glaub, ich schaff's. Alter, nicht schon wieder. Willst du mich verarschen? Saftladen. So. Saftladen. Ne, schon wieder. Wo? Wo? Ich seh's nicht. Ach, da hinten wieder. Ernsthaft? Weißt du, man erwartet irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hier auf der Insel. Und was ist? Ein Boot hinter einem. Äh. Jetzt hast du keinen Schützen mehr. Und jetzt? Ja, sterben. So. Wir haben auch nicht mehr so viel Schuss im Magazin. Das macht mir ein bisschen Sorge. Hier haben wir auch nur, ne? Zwei Schuss. Das ist ein bisschen blöd. Aber nur ein bisschen. Ich seh doch niemand. Was? Was? Wo? Wat? Wo? Da hinten. Da hinten. Alter, ich kann dich nicht mal sehen. Aber der kann mich sehen. Willst du mich verarschen? Äh. Na, kommt vorne auf. Ah, okay. Ähm. Wir wissen, es gibt wieder zwei Boote. Gerne auf einen schießen wollen. Das war der. Der ist mir eigentlich egal. Und da ist der andere. Ne, kriegst du nicht. Verdammt. Mist. Was? Was? Alter. Du warst die ganze Zeit nicht hier. Okay. So, Schütze weg. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich jetzt den da hinten irgendwie kriege. Den Raketenwerfer, Fuzzi. Ich bin da langsamst da. Wo stand denn der vorhin? Da. Da. Halt. Halt. Steh. So. Oh. Ich will, dass er hier speichert Alter, wie viele Gegner sind denn das hier? Hallo 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 Geht's noch? Sei es denn gänzlich steppert Was sollst du denn da baut? Also wieder Erstmal die Fahrer, äh die Schützen wegsnippern Da war er weg Fährt aber auch ne große Rundreise hier Wo ist er jetzt hin? Oh ja, ich treff ihn nicht, ne? Ja, Fahrer weg hier, super Ah ne Quatsch, das war tatsächlich der Schütze, okay Alles gut Ja, das hätte ich selbst nicht besser gekonnt So Dann kommt das andere Boot an Ernsthaft Mist, 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 Mist Doppelmist Das ist schon der Raketenwerfer, der mich hier angedings hat Von irgendwoher kommt hier so ein Rocket Launcher Kann ich auch drauf verzichten, ne? Wo ist er? Was ist er mich überhaupt von der Entfernung aus hier, ne? Ansonstenweise treffen kann Ich sehe doch niemanden Hallo Mist Man sieht die so durch das Gebüsch so kaum, weißt du Okay Problem Ähm Wir haben keine Munition Wir haben auch nicht wirklich was Man Die haben ja nicht mal andere Waffen hier fallen lassen Der ist weg Wo sind sie denn?